Hallo und herzlich willkommen zur 56.55. Folge von Let's Play Transport Fever. Wir sind ja dabei die Stecke von Lastrop nach Alfhausen zu bauen. Und setzen die mal hier an. Anscheinend aber nicht so. Sondern ein wenig abseits. So hin. Ich weiß nicht, ob man die so verbinden können. Irgendwie. Es würde funktionieren. Via Tunnel. Würde funktionieren. Machen wir doch mal. Würdest du an der Stelle gucken, auf welcher Seite wir das jetzt angeschlossen haben. Okay, so haben wir das angeschlossen. Ich wollte nämlich auf der anderen Seite das machen. Zack. Und zack. Wir machen jetzt hier ein paar Signale. Und zwar hier ein Signal. Dann kommen hier ein paar Langstrecken-Signale hin. Einmal da und einmal da. 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 sehr gut am besten noch weil die sind ja alle beide her so die Einfahrtssignale jetzt müssen wir hier mal ein bisschen weiter aussetzen weil die züge werden nicht kürzer die werden ja immer länger die zwei immer weg die zwei Experten so wie wärs mit ein paar Züge die wir jetzt hier draufsetzen nüt nüt die BR 75 4 bad vlc aha aha kann die was ich weiß nicht ob die was kann hier weiß ich nicht ob ich das gleis weiterführe ich kann das ja auch erstmal zum depot führen lassen aber das depot ist ja schon hier sehr gut depot haben wir schon mal angeschlossen aber die Linie haben wir noch nicht gemacht so sagen eine neue Linie und zwar ist das einmal hier IV und hier oben diese und das ist der Zug 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 Okay das trug sagt mal gucken 53 der schnellzug mit ja der jetzt noch nicht so schnell zug aber das kommt bestimmt auch bald so züge kaufen guck mal was man dann nehmen 60 100 kmh skandärin und 90 da kann 100 haben wir denn hier schon wagen die 100 können ja die hier sagen genau lokomotiven dann nehmen wir doch den mann und mit den wagen hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben 89 und den zu zuweisen auf den zug 20 oder muss man doch gleich mal hier ein bisschen dann muss ich trotzdem jetzt hier runter nur eisen bauen das macht das ganze leichter Express ach das habe ich schon so gemacht ok alles klar sehr gut aber ich kann ja trotzdem hier vorzügeersatz den hier mit den hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn leute waren ja mit ja also 15 wägelchen 14 passagiere und da wollen wir uns doch mal die landschaft hier angucken ich hatte schon mal nicht schlecht aus und natürlich noch ein bisschen mehr terraform ja das werden wir wahrscheinlich auch tun müssen jetzt geht's ja in den tunneln und das klappt auch noch nicht so sehr die stecken noch eine tunnelwand drin das gefällt mir nicht so sehr aber das terraform tool müsste ja einiges noch schocken von der landschaft her noch steht keiner da noch steht hier keiner da wenn er gleich unten ist dann lege mir den rest mit dem terraformen dann so die die das 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 so nämlich auch schon wieder da in halbhausen so schnell kann es gehen und da stehen nämlich auch schon ein paar an super kann man mal ein Foto machen ja muss durch alles aussehen wie der Zug hier under the bridge hervorkommt hmmm schaut schon nicht schlecht aus das ganze wie viel hat er jetzt geladen 10 na das klappt doch langsam und nehmen wir das Terraform Tool und das wir mal ein bisschen anklettern und zwar nehmen wir das in diesen zack bisschen rauszoomen so viel nimmt er jetzt nicht in Anspruch aber hier haben wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen getestet das gefällt mir nicht so es ist ja hinten ein bisschen reingedrückt es klappt schon richtig gut aber das wird er wahrscheinlich erst in der nächsten Folge sehen hier meine lieben Freunde bis dahin euer ZTK-Sauce tschau tschau Vielen Dank.